Hallihallo, wir sind angekommen in der Wintertundra und wo wir schon mal hier sind, werden wir uns gleich eine neue Fähigkeit aneignen. Komm her, Teddybär! Nun, Spyro, es läuft darauf hinaus, dass ich dir nur noch eines beibringen kann. Und wie alle guten Dinge ist das nicht billig. Das war klar. Tausend Rubinen muss ich zahlen. Der Kopfstoß ist wirklich sehr einfach. Du musst nur springen und dann die Dreiecktaste drücken. Du wirst feststellen, dass dir der Kopfstoß bei vielen Aufgaben helfen wird, die du vorher nicht lösen konntest. Ja, das weiß ich. Vergiss nicht. Erst springen, dann Dreieck. Viel Glück, blöder Bär. Yay! Und wir machen gleich das mal kaputt. Bam! Und viele andere Sachen, wie das hier. Ah, eine Kugel. 43 haben wir damit schon. Wow. Wow, 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 wow. Wir werden jetzt aber erstmal wieder... Äh, nee, hier war das nicht. Wo sind denn die anderen Level genau? Sommerwald war es nicht. Es war... Oh, noch ein Stein. Komm her, Stein. Bam! Hier. Herbstfeld? Ich glaube, es war Feld. Ja. Herbstfeld. Da, 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 da. Na los! Na los! Genau. Ähm. Wo war es denn? Ach ja, ich weiß wieder. Zurück. Wir müssen in den Bruchhügel. In den Bruchhügel. Und einmal in das letzte Level von dieser Welt. Genau. Oder war es das letzte Level? Das war das mit den, äh, Nilpferden. Ui! Ich mag den Bruchhügel nicht. Nein, nein. Das war der Magma-Kegel. Wo war denn jetzt der Bruchhügel? Bin ich dran vorbeigelaufen? Bist du der Bruchhügel? Ja. Da fehlt uns noch eine Kugel. Und die werden wir uns jetzt schnappen. Wir müssen, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin zum Alchemisten, glaube ich. Der wird es sein. Äh, haut ab. Hm. Der irgendwo... Hier unten... Uah! Arschloch. Der irgendwo hier unten sein muss. Aber wo? Oh, ist das gerade laut auf meinen Kopfhörern. Bisschen leiser machen. Äh. Hallo, Schwein. Na, du kriegst mich nicht. Wo war denn das? Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee! Äh. Boah. Angst? Wo war das? Hm. Hier nicht. Es war... Hier hinten, meine ich. Ja. Hier hinten. So. Wo ist denn der gute? Da nicht. Äh. 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 Nee, hier war es auch nicht. Mann! Na. Ach, da ist er. Schweinchen. So. Oder war er es? Oder muss ich zu Jäger? Ich habe mit diesem Trank hier experimentiert. Er wurde... Ich würde ihn gern testen, aber die Erdwürmer haben das... Äh. Äh. Nein. Okay, ich warte hier. Aber Jäger wird böse, wenn ich ihm nicht bei diesem... Nein, sag nicht. Ich muss das nochmal machen. Geh weg. Ich hasse euch. Ich muss das nochmal machen. Ja. Arschgeige. Dann mache ich das nochmal. Äh. Los, rede mit mir. Rede! Bla, bla. Ja. Toll. Halt nur die Erdwürmer von mir fern. Äh. Nö. Ich will das nicht nochmal machen. Geh weg. Na. Geh. Er hat mich auch getroffen. Ja, ich muss mir dann mal die Reihenfolge irgendwie merken. Ja, nochmal. Ja, ja. So. Erst der hier. Wupp. Dann der. Ähm. Nein. Ich... Oh. Ich bin tot. Jetzt lebe ich wieder. Ja. Äh. Ich hasse es. Hau ab. Abhauen. Weg. Was geht der wieder für Wege hier, ey? Nein. Ja. Äh. Äh. So. Na. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Wieso geht der denn wieder zurück? Okay. Weiß ich Bescheid. Äh. Nochmal. Ich hasse dich. Hallo. Weg da. So, dann war das. Der hier. Du gehst weg. Dann der hier. Nein. Lass den kleinen Alchemisten in Ruhe. Wupp. Nein, der. So. Du kommst ja wieder zurück, ne? Ja, genau. So. Das hättest du dir wohl so gedacht. Und jetzt geh da rein. Dankeschön. Danke. Danke. Bam. Super. Den Rückweg findet er aber alleine, ne? Mensch, willen sich meine Füße besser an. Kannst du für mich hierauf aufpassen? Eine Kugel, die ich schon hab. Ja. Mach es. So. Hättest du Lust, mir zu helfen, diese störrischen Erdwürmer zu vertreiben, während du hier bist? Ja, klar. Okay, wenn ich einen Erdwürmer mit einem Pfeil abschieße, störst du ihn mit dem Kopf um, bevor er wieder aufsteht. Du machst einen Kopfschuss, indem du springst und Dreieck drückst. Ja, das weiß ich mittlerweile. Wir müssen alle auf einmal erledigen, sonst laden sie nur mehr ihrer Freunde ein. Lass uns anfangen. Schwierigkeit vier. Okay. Dann schieß mal. Wapp. Bam. So, Jägerchen. Da. So. Klatt machen. Da ist der Nächste. Aua. Ach, da hinten. Nein, er ist wieder aufgestanden. Hier muss man sich auch wieder die Reihenfolge merken. Mann. Hättest du Lust, mir zu helfen? Ja. Da, 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 da. So. Da, da, da. Ja, das hast du dir so gedacht, ne? So. Aber wenn die wieder aufstehen, der kann doch einfach mal nochmal draufschießen. Oder hat er nur begrenzt Pfeile? So, der. Der. Der da hinten. Dann hier hinten. Dann hier hinten. Da ist noch einer umgefallen. Und zwar der. So, und dann der. Ey! Okay, ich muss noch ein bisschen schneller sein. Ich hasse diese Mission. Ich hasse sie. Nun gut. Auf ein neues. So. Eins. Gib mir eine Libelle. Du bist der Zweite. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. So. Das ist der Nächste. Der andere kommt da hinten. Genau. Dann müsste der dran sein. Ja. Und der hier. Währenddessen schießt er schon wieder einen anderen ab. Und zwar den, den ich gerade verpasst habe. Nein! Nein! Boah! Okay. Noch einmal. Da, da, da. Ich sollte dabei bleiben, den Leuten auf die Füße zu springen. Ach. Ich habe eh volle Leben. So. Füße. Bam. So. Da. Der Nächste da. So. Dann der hier. So. Und. Ha! Schnell! Schnell! Soll ich nochmal in diesem Level Aggression kriegen? Oder was habt ihr euch dabei gedacht? Bäh? Bopp! Schieß! Hallo! So. Der da. Der da. Huch! Das war schon wieder zu langsam alles hier. Na, der wurde noch... Okay. Das kann ich noch einholen. So, der. Und der jetzt. Aber zackig! Wow! Na, geht doch. Wir sind ein tolles Team. Hier, das wollte ich dem Alchemisten geben. Aber ich bin etwas sauer auf ihn zur Zeit. Ah, ist mir doch egal. Ja, damit er kugelt. 45 Kugeln! Damit haben wir das Level jetzt endlich geschafft. Und wir können uns hier verpissen. Aber ordentlich. Gut. Dann wollen wir in das Level mit den Nilpferden. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Sehen wir ja gleich. So. Wupp! Wupp! Hui! Ähm... War das hier schon? Ja, schattige Oase. Da fehlen uns noch zwei ganze Kugeln? Hm. Da wollen wir doch mal gucken. Handbuch. Schattige Oase. Fragezeichen. Auch gut. Blupp! Ey! Ich wollte nicht mit dir reden. Isst den Apfel. Oder die Beere. Ich muss nämlich vorher noch ein paar Gegner besiegen. Wui! Bevor ich... ...eine Fähigkeit nutzen kann. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Gegner. Ich will jetzt auch nicht ewig wieder verbringen. Renn! Renn! Renn, Nilpferd! Renn! Ja! Hab dich! Du hast mich! Hä! So. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Und dich auch. So. Ey! 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 So. Hier rüber. Darüber. Und darüber. Flattern. Bam! So. Da ist was runtergefallen. So. Und jetzt. Hau rein. Gut gemacht. Gut gemacht. Vielen Dank.